guten tag und herzlich willkommen moin moin die leute schön dass ihr dabei seid und mal wieder reinschaltet hier zu einem neuen ls25 infovideo ja auch heute gibt es ein bisschen informationen zum thema reis und interessant ist natürlich vor allen dingen für die meisten wahrscheinlich wie setzt man die felder da gibt es jetzt die ersten fotos preview vom farming simulator 25 wie man reisfelder platziert gibt ein paar informationen zu den unterschiedlichen wachstumsstufen der beiden unterschiedlichen reissorten dass beides unterschiedlich angebaut wird unterschiedlich geerntet wird und man auch bei der bewässerung einiges beachten sollte und da hat giants und heute einfach mal mit knapp 30 neuen fotos glaube ich zum thema reis beglückt welches wir uns natürlich mal kurz angucken hier haben wir als erstes den normalen kreis den wir so normal kennen glaube ich den man irgendwie kocht und und so weiter und so fort also man kriegt hier bis zu 13.200 l auf dem hektar raus 3.300 ist auch ein top preis aber es ist auch ein bisschen aufwendiger würde ich behaupten von april bis mai wird angepflanzt und geerntet werden kann zwischen august und september der langen kornreis april bis september die sozusagen anpflanzzeit und da gibt es nicht wenn oder aber sondern da gibt es wohl diese beiden monate in den standardeinstellungen sind tausend liter pro hektar wenn ich in sehr hohen ertrag beim durchschnittlichen preis von 1500 wobei da müssen wir sagen dass es wieder gerechnet auf den leichten schwierigkeitsgrad die vermutlich die meisten von euch nicht spielen werden oder wer von euch spielt in leicht im ls 22 glaube ich kenne da nicht wirklich viele ja und dann gucken was das ganze was interessantes finde ich für mich mit das interessanteste reißfelder also man muss in der karte nix vordefinieren soweit das ist schon mal auf jeden fall schon mal gut dass man nicht irgendwelche festen reißfelder jedes jahr immer wieder die gleichen hat sondern man kann variieren die reißfelder lassen sich platzieren ähnlich wie übers baumenü wie wir die weintrauben oder auch die oliven im ls 22 gebaut haben das finde ich auf jeden fall schon mal interessant man kann hier ecken setzen corners also man setzt hier ecken dann sagst du später finish und man kann auch wieder zurück machen und da hat man die möglichkeit sozusagen sich das feld hier zu kreieren und dann sieht es so aus tiefer gelegt oder höher rundherum da erscheinen sich bei mir noch so ein bisschen die geister 1500 euro für ein hektar vielleicht ich weiß nicht genau wie das nachher umrechnet das kann ich jetzt noch nicht so richtig einschätzen das wissen wir nicht aber wir sehen auf jeden fall das neue bauplatzierungs menü das ist alles scheinbar wieder links auf die seite gewandert weil und da haben wir die kategorien die wir zum ls 22 erkennen sieht man jetzt hier so nicht wieder wir haben jetzt links die die gebäude dann produktionen und da muss man oben durch klicken scheinbar mit hin und her file vielleicht kann man auch die punkte anklicken das müssen wir gucken von der menüführung wirkt das auf den ersten blick für mich ein bisschen unübersichtlicher aber die fotos die jetzt hier so drin sind wahrscheinlich ein bisschen schicker da haben wir kühe platzieren irgendwelche anderen sachen platzieren und landschaftsbau hier die unterschiedlichen buttons und hinter mir sieht man jetzt nicht viel steht nur noch rice field rice is grown on a rice field which can be flooded with water ja rice kann auf einem reißfeld angebaut werden und kann mit wasser geflutet werden ja also hier das sind dann sozusagen legt man die ecken an ich finde es ganz interessant auf jeden fall wie man nachher so ein feld dann überein bestehendes feld platziert und jetzt kommt ihr ins spiel die leute nfmarsch welches feld würdet ihr fluten schreibt mal gerne rein würde mich freuen über ein bisschen feedback von euch gut thema reis anbau das kennen wir schon haben wir gesehen in einigen vorschau videos dass es für den normalen reis gibt es setzlinge das wird nicht mit normaler saat gut ausgebracht sondern da gibt es dementsprechend die dieses gewächshaus da kann man setzlinge züchten aber es ist völlig egal man kann es auch einkaufen im shop man muss es nicht machen was ich natürlich gleich interessant finde ist das gebäude an sich das ist so ein foliengebäude oben drauf das gewächshaus da sehe ich natürlich schon große erdbeerfelder plantagen die wir platzieren machen als produktion so wie in echt auch diese großen folien tunnel da vielleicht noch ein bisschen weißer machen die textur aber ansonsten so ein gebäude könnte ich gut gebrauchen für den schönen ls25 mod ja ansonsten wie gesagt man kann es selber anbauen wird sich wohl auch lohnen ist halt ein gewächshaus na klar lohnt sich das wenn man das macht im gegensatz zu paletten immer im shop einkaufen zu müssen ja man muss es mit wasser auffüllen auch da wird es bestimmt mit der zeit wieder mod geben das wasser aufgefangen wird wenn es regnet gucken wir mal was wir da im ls25 so machen können aber ansonsten könnte man so ein gebäude schön als folientunnel auch nutzen für andere möglichkeiten die textur der steinplatten gefällt mir ganz gut und ansonsten jetzt ja auch nichts wo man noch lange drum herum reden muss hier sehen wir schon mal wahrscheinlich einen teil der asiatischen karte würde ich glauben so eine gebäude so im hintergrund sieht weiß ich aber nicht sieht aus wie ein ziemlich großes haus und da habe ich natürlich auch gleich den blick drauf gar nicht mal zu dem reis ernte den wir hier sehen wo es um es eigentlich gehen sollte aber das ist der reis pflanzer story und ersetzt die setzlinge sozusagen in das reisfeld und da sind wir auch bei den unterschiedlichen anbausorten der normale reis da muss man sein feld da was kommen wir gleich noch zu muss muss man das feld vorher fluten und bei dem anderen später ja aber die gebäude mit der textur und so weiter da kann man kann man vielleicht was draus machen kann vielleicht gebrauchen ja so sieht das ganze denn aus ich weiß gar nicht warum die reihenfolge so komisch ist wenn das ganze dann wohl nicht geernt worden ist so sieht es aus wenn es geerntet worden ist wachstumsstufen unterschiedliche wachstumsstufen sehen wir auch im hintergrund so ein bisschen die vegetation der bäume unterschiedlich gefärbt und man sieht halt diese wilden neuen verästelungen der einzelnen bäume das ist schon deutlich deutlich mehr durcheinander auch ein bisschen anders gefärbt sieht ja sieht schon bunter aus auf jeden fall jetzt hier noch mal das herbstambiente in den bäumen da sind auf jeden fall ein paar mehr farbspiele gefühlt drin ja und dementsprechend das sind die unterschiedlichen reissorten sind unterschiedlichen wachstums fotos ernte fotos langkornreis und normaler reis kann man sich alles in ruhe angucken wenn man möchte natürlich findet die informationen auch wieder auf meiner homepage auf redaction-letsplay.de und dann im bereich dort unter ls25 informationen ja was noch mal so ein bisschen gesagt wird oder hier noch mal zu sehen ist hier haben wir noch mal den mähtrescher beim normalen reisdreschen ganz normaler standard mähtrescher ganz normales gebiss schöner john deer mähtrescher haben wir hier den s7 800 glaube ich und ja auch von der textur her von der pflanzendichte die stoppe zerstörung und so weiter und so fort da werden wir später wahrscheinlich noch mal was zu sehen wenn es dann so weit ist und man das selber auch spielen kann ja reis anpflanzen und ernten also dementsprechend langkornreis säen und ernten also bei langkornreis benötigt ihr für die aussaat noch kein wasser langkornreis wird auf trockenem gesät aber man muss trotzdem so ein reisfeld anlegen füllt einfach eure sämaschine mit saatgut und beginnt eine reihe nach der anderen anzusehen dafür kommen wir dann gleich noch mal hier warum sie auf einmal da ist sieht aber auf jeden fall gut aus aus die jeans und die jacke ich finde das sieht gut aus hier geht es noch mal um die um die wasserpumpe wie viel wasser das feld hat das ja man muss ein gewisses level halten also hier sehen wir jetzt noch mal die reis ansaat und sobald die pflanzen erdreif sind das ganze frische leckere wasser aufgesogen haben setzt ihr eure mähtrescher ein und rest drauf los normaler mähtrescher reicht dort aus und was da wieder mal interessant ist keine sorge so danach wird der reisfeld geflutet weil genau beim langkornreis auch welt anlegen dann mit einer normalen sämaschine anpflanzen und danach wird das feld geflutet und dazu geht man dann eben zu dem menü und schaut nach dass da der richtige pegel eingestellt ist waterlevel 51 prozent und es steht nochmal als information drinne so unterschiedliche wachstumsstufen im reis haben unterschiedlichen anspruch an die wasserstände an die wasserhöhe da heißt es keine sorge die pumpe lässt nur genau die richtige menge an wasser zu kontrolliere aber die wasserpumpe täglich um den richtigen wasserstand zu halten ansonsten verliert ihr einige pflänzchen also hier haben wir nicht dieses thema so mit unkraut das unkraut halt sich breitmacht und dadurch pflanzen zerstört die da sonst wären sondern hier immer das thema wenn man nicht richtig sein feld wässert wenn es trocken liegt oder was auch immer dann verliert man einzelne pflanzen finde ich auch ganz gut dass da so ein kleiner einfluss ist und man da ein bisschen auf achten sollte hier sieht man auch dass das feld ein bisschen tiefer gelegt wurde wobei ich mich ich bin noch nicht hundertprozentig sicher ob nicht ein kleiner rand rundherum geschüttet worden ist also ich sag mal rundherum das feld minimal erhöht worden ist oder ob das feld tatsächlich tiefer gelegt worden ist bin gespannt und wir sehen hier finde ich auf dem foto auch ganz gut die reifenspuren und also die die verdichtung des bodens dass den neuen dynamischen boden der fällt hier mir auf jeden fall auf und das sind mehreren rein also das ist schon so dass es nicht irgendwie nach 100 metern wieder verschwindet sondern man kann wohl einige kilometer hier wahrscheinlich und hoffentlich eben boden auch verdichten hier dynamischen boden haben ohne dass das spiel da gleich darunter leidet hoffen wir zumindest und wir sind gespannt ja nach der ernte soll man kalken und grubbern geflügt werden die felder nicht man kann aber nach wie vor noch mal reis anlegen und ich finde hier wirkt die kante nämlich so dass das eher aufgeschüttet worden ist also man hat wahrscheinlich hier so ein feld angelegt und auf den ersten blick wirkt das rundherum als wäre so ein kleiner damm aufgeschüttet worden rundherum und dann wäre das feld halt ungefähr die höhe weiß nicht ob das feld tiefer gelegt wird werden wir später sehen wenn wir selber felder anlegen können hier haben wir noch mal den ernt da den haben wir auch in einigen schwungen gesehen das ist auf jeden fall wirklich überhaupt die asiatische karte hinten wegen diesem geschwungenem dach bei dem haus und so ein kanal ja da sind bestimmt passende objekte bei ich freue mich wenn ich endlich auf die karten rauf kann und mal schauen was wir da alles so schönes machen können ja und hier einfach nur noch mal der unterschied sieht am anfang gleich aus beide pflanzen brauchen wasser beide brauchen ein angelegtes reißfeld und wie gesagt da bin ich auf die mechanik tatsächlich gespannt ob das dann so ein bisschen tiefer geht oder ein kleiner rand entsteht da wo man jetzt hier das macht und dementsprechend wenn ihr sozusagen er lässt noch nicht bestellt haben solltet könnt ihr das natürlich gerne über meinen link machen ls25 lange dauert es nicht mehr ich sag mal ein knapper monat denn können wir selber mit ls25 loslegen ich freue mich drauf und wenn es euch gefällt ihr weitere informationen von mir gerne sehen wollte dann lasst auch gerne ein like da unten kommentar wird mich freuen und bis dann schön abend noch angem nacht ruhe bis zum nächsten mal wie auch immer schönen tag und tschüss tschüss wochenende bis zum nächsten mal wie auch immer